Was ist das hier? Das ist hier ein Irrenhaus, bei TipTapTube. Es hat Trommelei. Ruf mich, wenn ich fertig soll. Ja okay, tschüss. Ich hab ne Banane für dich. Wollen wir das alleine machen? Wir fangen jetzt erstmal mit der Banane an, damit ihr seht was hier abgeht. Ja. Kann man einstellen, warte. Du hast dann ein Bild jetzt irgendwo drunter gelegt, das soll nicht... Wenn man das hier im Video guckt, das ist wahr. Was ihr gerade gesehen habt, Leute, ist das Ding hier. Mach die mal auf und dann könnt ihr mal gucken. Ja, dann gucken, wie das von innen aussieht. Was ist da? Papa hat seinen Fingernagel da drunter. Iiiiiiii. Seit wann bin ich denn iiii? Das ist bestimmt nicht lecker. Nagelpilz. Das ist eine Stelle am Fingernagel. Echt? Stimmt. Achtung, ab hier leicht verstörende Inhalte. Zu Risiken und Nebenwirkungen hilft keine Packungsbeilage oder Fragen an Arzt oder Apotheker. Zum Glück. Achtung, Achtung, Achtung. Dreh um, Dreh um. Zum Glück seh ich es nicht. Das ist ekelhaft. Hä, das Ding hier? Was ist mit der Stelle? Oh mein Gott, wieso sieht das schlimmer aus? Ey, das ist eklig. Mach das bitte weg. Wir wollten doch die Banane... Eigentlich weiß ich das wieder nicht. Nimm mal die Banane, mach die mal auf. Ich möchte mal gerne wissen. Du könntest auch so ein richtig uralter Opa sein. Iiiiih, hört mal auf, wie er so ekelhaft. Ein Nagelbett anzunehmen. Nein, 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 nein. Na her ist das... Nein! Sollen wir jetzt mal an mein Gesicht halten? Ja, bitte. Können wir mal an mein Dingernagel gucken? Nein, Schnucki. Der Mann. Warte, ich will mit dem Ohr gucken. Was ist denn da im Ohr? Was ist denn da? Und scharf hatte. Jetzt muss ich auf der Seite machen. Guck mal, Max ist jetzt der Arzt. Äh, die Arzt. Du musst ein bisschen drehen. Damit du in den Gehörgang reinlaust. Wo ist der? Waaaaaah! Das sollten wir abbrechen. Das ist ekelhaft. Das Video wird nachher ab 18 geschaltet oder so. Lass es jetzt. Mama! Da ist irgendwas. Ah! Da lebt irgendwas drinne. Da hat sich was bewegt. Hahaha! Hol mal Q-Tipps! Ey, wollen wir einen Jumpscare machen? Dann können wir jetzt mal so eine Spinne rausklettern. Ey, halt still! Ruhe jetzt! Da ist irgendwas im Hintergrund. Ist da irgendwas? Stell mal tief auf den Hintergrund. Schwarzes Loch. Irgendwas orange ist es da. Siehst du das? Echt? Schau, schau, schau! Nein! Hey! Oh mein Gott! Müssten wir zum Hals-Nasen-Ohr-Nazis mit ihm? Warte, wo ist das Ding? Wie soll ich das nicht angucken? Hä? Was hast du... Lass mal! Du musst... Das ist die Lampe. Du musst die Höhe anhalten. Ey, mach mir auch Angst. Das ist der blöde Spiegel verkehrt. Achso. Oh mein Gott! Was hat er denn da im Ohr? Warte, warte. Ist das ein Rauch oder was? Was? Das hier, das... Das ist dieses Orange da, ne? Was ist das? Eine Spinne. Was ist das, ey? Ich glaube, Ash bekommt jetzt Angst. Hör auf! Guck mal ins andere Ohr, ob da auch so was drin ist. Kannst du bitte gleich mal Ohr-Kuh-Tipps holen? Willst du mal hier Kuh-Tipps? Nein, ich hab das schon über den Kopf geguckt. Das ist schlimm. Was ist da jetzt? Du musst scharf stellen wahrscheinlich. Da sind beide Ohren rauben. Ey, der war komm nicht anders, ey. Das ist nicht scharf. Weißt du was? Ash hat aufm Ohr, oder am Ohr, ein Muttermal. Braun. Könnt ihr das mal kurz... Warum muss man ein Muttermal... Ja bitte! Da, ne, rechts ist linke Ohr. Aufm Muttermal, wenn wir da eine Raub im Ohr haben. Ne, warte mal ganz kurz. Aber das möchte ich mir gerne wissen, ob man aber auch was sehen kann oder nicht. Ist das eklig, warte. Ist einfach eine braune Haut. Geh dich mal warten. Ne, 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 ne. Das ist ein Muttermal bei ihm. Wirklich. Ja, klar. Ja. Ins Auge gucken? Ja, bitte. Ash? Leute, wir haben so viele tolle Sachen vorbereitet. Hier mit Erdbeeren und Himbeeren. Und jetzt untersuchen die sich hier. Darf man das überhaupt ins Auge leuchten? Boah, wie schön die Augen. Das Licht. Oh mein Gott, das sieht voll krass aus. Alter. Oh, das sieht voll krass aus. Oh, das sieht krass aus. Ah, ich kann nicht versehen. Ich bin alles rot. Das ist eine ganz normale Idee halt. Okay, mach die Banane immer noch auf. Die Banane wollten wir aufmachen, ne? Ja, genau. Ist langweilig. Wir wollen dir so einen Fußnagel angucken. Ey. Nein. Ich kann jetzt mal eine Nase gucken. Nein. Ist okay. Nein. Ash, lass das. Oh mein, bitte Ash. Bitte nicht. Ich will es gar nicht sehen. Und? Wird ihr da was sehen? Man sieht doch aus. Das ist echt. Urweil. Lass das jetzt, Ash. Läuse. Läuse. Das ist deine Haut von innen. Um Gottes Willen. Warte, deine Haare wollten wir noch kurz. Ey, können wir mal bitte irgendwas, was nicht so verstörend ist? Mund vielleicht? Nein. Zunge. Zahn. Die Zunge. Ja. Oh nein. Warte. Sag mal. Jo, was ist das denn? Sieht aus dem Gehirn. Ne, so bewegen. Sieht aus dem Gehirn. Ich. Das ist auf jeden Fall echt klipschig. Ey, nicht so ey. Mach mal seinen halben, seinen halben Zahn, der so halbiert wurde. Warte, ich komm. Das sieht so gelb aus. Ne, du hast eigentlich, hast du weiß. Wollen wir das hier über deinen Zahn nehmen? Hä? Zeig mal. Zeig mal Max. Ja. Gelb. Ja, das ist das normalste Gelb. Das ist das Licht. Das ist wirklich. Also normal sind die Zähne ja weiß für euch. Die geilste Kamera ist natürlich auch nicht so, ne. Aber Respekt, dass das so scharf ist. Also verhältnis mir die Idee. Kann man jetzt die Hälfte vom Zahn sehen, die geklebt wurde? Also das, was man gerade sieht, sieht so aus. Man sieht noch nicht so viel. Ne, aber die Rillen siehst du ja im Zahn. Guck mal. Das ist echt krass, oder? Ja. So Leute, wollen wir jetzt ein bisschen Obst untersuchen? Ey, nein, die Haare. Okay, Obst. Ja, die Haare können wir immer machen. Wir werden Obst sehen, wenn wir hier die Zähne untersuchen. Nein. Ich kann nicht mehr, der Akku blinken schon. Ich kann nicht mehr, der Akku blinken schon. Ich steck mal den ganzen Lappen und mach mal den Rachen hinten. Ach, das ist ja normal. Ach, das ist doch normal. Ach, das wird gesperrt. Ach, das wird gesperrt. Das kann man doch nicht zeigen, oder? Das ist wegen Schleimigkeit gesperrt. Kann man sowas zeigen? Wir wissen das ja, dass das kann Wir haben mit 10 Minuten schon Wir haben gerade mal was untersucht Wer will denn eine Banane sehen, wenn man auch sowas sehen kann Bitte können Leute, bitte können Leute Schwer schärfer, schwer schärfer Der Akku ist gleich hier leer Guck mal, guck mal Weißt du was das ist? Ein Haarspray Oh mein, warte ich mach mal mit Haarspray Das ist Haarspray Nein Schau mal wie gut die Haare Das ist ganz normal Haut Nein, nein die Kopf Jetzt hältst du Dorn da drin stecken Ja, ne? Warte, jetzt die Kopfhaut Hält sie genauso aus Oh je, oh je Aber die Haare sind aus wie Nudeln Ich finde auch Eine Banane wird niemand sehen Guck mal wie langweilig das ist Ist langweilig? Ich muss sagen, warte Aber das sind Stellen, das ist ekelhaft, die siehst du ja doch gar nicht da auf der Banane Warte mal Ich habe hier irgendwie so ein komisches Ding auf der Haut Das werde ich dir jetzt angucken Was ist das? Achtung, ab hier leicht verstörende Inhalte Zu Risiken und Lebensweckungen Hilft keine Packungsbeilage oder Frage an Arzt oder Apotheke Was war das? Was war das? Guck mal, geh mal hier rüber Geh mal hier rüber Er hat so einen kleinen Pickel oder sowas Ja, Pickel, ok Und jetzt? Du Pickel Schau Du hast dich nicht getroffen Du hast dich nicht getroffen Stell mal scharf Scharf stellen Ja, so Ne, ein bisschen zurück Ja, und jetzt musst du den suchen Was war denn das? Man sieht das überhaupt in echt gar nicht Iiiiiiiiih Hört auf Das ist ja... Was ist das? Leute, das ist ekelhaft Das ist nicht gesund, ne? Das verstört mich hier gerade schon Das ist... Bei mir war ich gar nicht, ob es gesund ist, aber nicht Das ist komisch Das ist normal ins Auge nicht Das ist auch nicht normal Doch Was ist denn das, was du da hast? Ist das ein Pickel? Da haben wir irgendwo so ein... keine Ahnung Das sieht aus, als wenn einer da rausguckt So eine Müllpflege Das ist so ein Auge und dann guckt einer da raus Ey, hab ich jetzt Lust gerade so an der ähm... Lass mal, das wollen wir nicht wissen Ja tschüss Also, die Video ist jetzt hier zu Ende Nein, ich muss jetzt Akku tauschen Der blinkt Das ist sowieso zu Ende Weil... Nein, wir wollen doch... Wenigstens die App... Wir sollen auch nicht so lange Videos machen Haben die selber geschrieben, die Zuschauer Weil die nicht so viel Volumen haben Für mit ihrem Handy Videos zu gucken Um Gottes willen Kannst du kurz eine Erdbeere nehmen? Wenigstens eine Erdbeere So eine matschige Stelle oder? Ja Leider waren ganz viele verschimmelt Das sieht ja fast aus wie deine Haut Das sieht ja nicht mehr eklig aus Das sieht nicht ekelhaft aus Das sieht nicht ekelhaft aus Das sieht so schleimig aus Das sieht so schleimig aus Das sieht aus wie eine Kartoffel, das Gelbe Oder? Das sieht genauso aus wie das, was er eben auf dem Arm hat Nee, das ist... Weißt du wie das aussieht? Nein, wie so eine Eiterstelle oder so Warte Wir versuchen mal weiter... Und sonst nochmal reinbeißen Oder abbeißen Und dann nochmal... Wahrscheinlich bleiß man da ab Was liegt da drin? Weiß mal ab Weiß mal kurz ab Weiß mal kurz ab Das sieht aus wie Bubble Tea Die Perlen von Bubble Tea Nee, ernsthaft Diese Bubbles Ganz schön schleimig, ne? Oder echt? Das sieht aus wie Bubbles Esst am besten nicht während des Videos Kopfhörer? Kann man da was sehen? Ne was eklig ist? Das ist ein Kopfhörer Wessen ist das? Und das... Das ist nicht meiner Wessen? Den gehört nicht Das ist meiner Aber man sieht das alles nicht Das stellt man immer ins Ohr rein So, Ash ist jetzt mit seiner Ente dran Nee, ich halte mit diesem Erdbeutzeug auf meine Ente hier Ist doch egal, mach einfach rein So, jetzt suchen wir mal irgendwo, ob da ein Tier drin ist Jetzt sieht Leute pure nach Plastik aus Ihhh, das sieht echt eklig aus Da hast du das Blaue? Kannst du nicht mal an deiner Stelle kurz mal bleiben Und nicht richtig scharf stellen? Das ist scharf Schärfer geht nicht Hans, warte mal ran Du könntest theoretisch noch in die Tiefe vielleicht versuchen Guck mal so So Jetzt vorsichtig da drauf lang Gleiten Jetzt gehen wir ganz langsam drüber hinweg Und dann schauen wir mal was da so drin ist Das sieht doch aus wie gepresster Plastikmüll oder nicht? Das ist einfach Fussel oder nicht? Hey, warum ist das nicht so unscharf? Aber er genau auf einer Höhe muss Guck mal, da sind Haare Das muss nur ein halbes Mittagessen sein Hey, das Ding da Ist das gleiche was Ash eben aus seinem... Ja, wirklich Doch, das sieht so aus Doch, das sieht genau so aus Ja, finde ich auch Wahrscheinlich irgendein Pogel von mir Nein, das ist... Das ist ein altes Cevichki oder wie die Dinge heißen Cevichki, nein Warum sind da so komische schwarze Haare? Fussel, oder? Das ist ein Fussel Schauen wir mal ab, Schluss Nein, 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 Schluss jetzt So, Schluss jetzt Und das war's jetzt mit dem Video Ich würde sagen, es waren erstaunlich erschreckende Einblicke Ja, fand ich auch Das ist echt wie die Anatomie des Körpers Wenn wir das Ganze noch nochmal machen sollen Und vor allem was wir Also ich hab schon ein paar coole Sachen eigentlich da gekauft Aber das haben wir die gar nicht mehr Oh, es gibt ja auch noch Insekten Ja, stimmt Regenwürmer Ja, irgendwie sowas brauchen wir auf jeden Fall Vögel Ja Kannst du das Ding nach dem Ohr rausnehmen, bitte? Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Also Ersch hat ganz viel Spaß Der wird bestimmt Arzt werden Er kommt in seinem Ohr noch rum Ja genau, guck mal Verdreht die Augen